Wir sind wieder im schönen Ostalgäu unterwegs. Diesmal wieder in Hohenschwangau. Mit der lieben Irmi sind wir auf Tour. Und ich sag's euch, es wird auf jeden Fall erfrischend. Deshalb, wie Irmi mir versprochen, aber worin es jetzt genau geht, das erzählt uns Irmi. Also wir gehen jetzt über die Pöllertschlucht, rauf zum Schloss Neuschwanstein, zur Marienbrücke. Dann queren wir rüber über den Winterzugweg zum Alpsee. Gehen dann runter und dann wird gebadet. Kommt ihr mit? Musik Musik Das war's. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wer reingefallen ist, ihr war's nicht. Nein. Ich mache hier eine Brücke. Da gehen wir jetzt auf. Da gehen wir jetzt auf. Was ist denn das? Was hast du denn hier? Wann ich noch mal? Nein. Das ist ja ein kleiner Tag. Ich weiß nicht. Nein, jetzt war ich. Hier, wo ist es? Emi, wohnst du hier? Nein, das war es. Und dann ist es bei Grazeln. Jetzt fängt es nicht mehr zu nützen. Da sehe ich hohen Schwein drauf. Bis zum nächsten Mal. So und jetzt zum Abschluss sind wir nach einer super abwechslungsreichen Genusstour noch eingekehrt. Top Geheimtipp von Irmi, wo sind wir hier? Jetzt sind wir im Helmerhof in Schwangau-Huan. Sehr fähenswerten, mega kurz Bier und lecker lecker essen. Schaut mal vorbei. So wohl die Damen. Prost. Schaut mal vorbei. Schaut mal vorbei. Schaut mal vorbei.